Wir stehen vor dem Derby gegen den SV Wildsberg am Sonntag. Es war eine ungewöhnlich lange Trainingswoche, zuletzt am Freitag gespielt. Wie wichtig ist das, um jetzt noch mal die Frische zu sammeln vor den entscheidenden Spielen? Ja extrem wichtig. Wir hatten ja bisher immer nur englische Wochen, das heißt wir konnten nur drei Tage regenerieren, dann wieder spielen. Jetzt hatten wir eine lange Trainingswoche, konnten inhaltlich auch noch mal gut was aufarbeiten und natürlich jetzt in der Endphase ist das für uns auch wichtig. Worauf wird es denn in der Endphase ankommen? Wie viel wird da noch fußballerisch entschieden und wie viel kommt einfach auf die Psyche an jetzt in den letzten fünf Spielen? Ja sowohl als auch, beides wird weiterhin wichtig sein. Jetzt am Ende geht es nicht mehr darum, gegen wen du spielst, weil jeder Gegner jetzt auch schwieriger wird. Für die Teams unten geht es um Klassenerhalt, für die Teams oben die wollen aufsteigen, für die Teams in der Mitte. Im Mittelfeld, die haben keinen Druck mehr, die spielen frei auf, deswegen wird jetzt jedes Spiel sehr schwierig werden. Wir bereiten uns auf jedes Spiel so vor, als wäre es ein Endspiel. Und zuletzt habt ihr ja vor allem in der Kulisse das Topspiel gut überstanden, gut bestanden, gewonnen. Was macht ihr euch optimistisch, dass ihr jetzt gegen Babelsberg auch auswärts gut bestehen könnt beim unangenehmen Gegner? Ja, Babelsberg ist eine sehr gute Mannschaft, vor allem eine sehr heimstarke Mannschaft. Derbys haben immer einen besonderen Charakter, darauf freuen wir uns natürlich. Dennoch glauben wir, dass wir unsere Stärken ins Spiel bringen können. Bei Cedric Euschen ist es so, dass der aktuell krank ist. Bei Cedric Euschen war es eine Belastungssteuerungssache. Der wird auch morgen schon wieder dabei sein.